Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Trier, Neues und Interessantes. In dieser neuen Sendereihe möchten wir neue und interessante Entwicklungen in der Stadt Trier vorstellen. Dies kann die Eröffnung eines Restaurants sein, die interessante Geschichte einer Person oder die neuesten Veränderungen in der Stadt. Heute beginnen wir unsere Sendereihe mit einem nicht ganz alltäglichen Kaufhaus, dem Kaufhaus Popp in der Trierer Neustraße. Hierzu haben wir ein Interview geführt mit Ingo Popp, dem Betreiber und Inhaber in der Neustraße in Trier. Herr Popp, als Unternehmer in Trier sind Sie bekannt im Veranstaltungsbereich. Ja, meine letzten 27 Jahre habe ich ausschließlich damit verbracht, Konzerte in Trier und um Trier drumherum zu veranstalten. Aber nach 27 Jahren, muss ich sagen, ist mir in den letzten Jahren der Spaß ein wenig abhanden gekommen. Und ich bin jemand, der bei seiner Arbeit auch immer viel Spaß haben muss. Wie sind Sie darauf gekommen, mein Kaufhaus zu eröffnen? Naja, ich interessiere mich schon mein ganzes Leben für Design und die schönen Dinge des Lebens. Und habe ja auch einzeln als Kaufmann mal in früher Jugend gelernt. Und somit ist jetzt eigentlich back to the roots. Wie lange haben Sie an dem Konzept dieses Kaufhauses gefeilt? Jetzt insgesamt alles in allem. Die letzten anderthalb Jahre ganz regelmäßig. Und im Kopf habe ich jetzt schon fünf, sechs Jahre, wo ich mich damit am befassen bin. Aber jetzt so konkret die letzten anderthalb Jahre. Gibt es Vorbilder für dieses Kaufhaus? Haben Sie sich an irgendetwas orientiert? Ja. Also ich finde ganz vorbildhaft das Merci in Paris. Und hier in Deutschland sind viele Läden, die ganz interessant sind in vielen großen Städten. In Hamburg, Berlin sind die, wo ich viel gucken war und mich inspirieren lassen habe. Und dann eben auch ein bisschen an Manufaktum, dem Versandhauskatalog, den ich auch sehr interessant finde. Woher kommen die Ideen? Wie haben Sie die Eröffnung des Kaufhauses vorbereitet? Na, ich war eben sehr viel in Europa unterwegs und habe mich sehr inspirieren lassen von europäischen Großstädten, wie zum Beispiel Barcelona, Kopenhagen, Amsterdam, Berlin, München. Und habe da immer schön die Augen aufgehalten und mich eben auch hier in Trier informiert, was so im Angebot ist. Und möchte eben mit meinem Kaufhaus doch fernab vom Mainstream agieren. Und das ist eigentlich auch mein oberstes Gebot. Ich möchte Produkte anbieten in meinem Kaufhaus, die man so in Trier selten oder am besten gar nicht sieht. Sie besetzen eine Nische damit? Ich habe die große Hoffnung und denke auch, dass wir das im Moment machen. Und wie soll es laufen in der nächsten Zeit? Am besten gut. Aber wir haben ja jetzt seit 14 Tagen offen und sind mit der ersten Resonanz sehr zufrieden. Es war ja auch für mich Neuland und sehr spannend. Und jetzt wurde ich doch zum Schluss relativ nervös. Kommt das alles an? Ist das alles richtig? Aber jetzt muss man ganz klar sagen, nach der ersten Eröffnungsphase kriegen wir sehr viele Komplimente. Und es freut mich sehr. Die von Ihnen angebotene Produktpalette ist sehr breit gefächert. Können Sie uns einige Bereiche nennen, die Sie anbieten? Ja, also wir haben ja eigentlich im Sinne vom Kaufhaus eigentlich das Sortiment von einem Kaufhaus. Und diese Produktpalette möchte ich auch wiedergeben. Wir machen eigentlich vor nichts halt. Also wenn ich morgen... Bedingung ist, dass die Artikel für mich schön sind. Also da gehe ich auch nach meinem Geschmack. Die Artikel müssen mir gefallen. Und wenn sie mir gefallen, mache ich auch eigentlich jetzt vor keinem Produkt halt. Und biete eben alles an, was mir eigentlich gefällt. Und wenn ich morgen schöne Angeln sehe, dann haben wir übermorgen schöne Angeln hier. Gibt es einige Lieblingsstücke, die Ihnen besonders am Herzen liegen hier im Laden? Ja, man hat natürlich schon immer so... Das wechselt fast, täglich jetzt nicht, aber fast alle paar Tage wechselt das ein bisschen. Aber mein All-Time-Favorite ist im Moment meine amerikanische Familie. Das ist eine Porzellanfigur von Lado. Ihre Produktpalette ist sehr weit gefächert. Welche Produkte bieten Sie an? Wir bieten eigentlich von der Postkarte bis zum hochwertigen Porzellan alles an. Und wie gesagt, unsere Maxime ist alles, was schön ist und eventuell, was die Welt nicht braucht. Letzte Woche hat so schön jemand festgestellt, dass hier braucht man alles nicht. Das hat Ferdinand Porsche schon vor 60 Jahren gesagt, dass man einiges nicht braucht. Aber gerade die sind ja die Sachen, die am meisten Spaß machen. Und die einem ans Herz wachsen und die man lieb gewinnt. Die einem ans Herz wachsen und auch gern mal Staub fangen. Ich habe einige Sessel gesehen. Ja. Sind die von dem berühmten Designer oder ist das eher ein Unbekannter? Das ist eine kleine Firma, Beau Paris. Das ist eine kleine Herstellungsfirma in Paris, die aus Ölfässern Sessel machen. Wir haben auch von Mizuni Sessel. Wir haben verschiedene Produkte. Auch dieses Designmöbelthema möchten wir noch ein bisschen ausarbeiten. Wir haben ja zum Beispiel auch, wo wir jetzt drauf sitzen, Teppiche. Gern beschäftigen wir uns mit Mode. Hier insbesondere mit Herrenmode. Da ich selber finde, die Damen fahren in Trier viel besser. Sind überdurchschnittlich repräsentiert. Genau. Und bei den Herren finde ich eben, sind doch noch einige Sachen da, die man anbieten kann oder die jetzt wieder meinem Geschmack entsprechen. Und da haben wir eben auch ein großes Augenmerk drauf gelegt. Wie wir überhaupt auf Accessoires und Geschenkartikel wert legen. Welche Zielgruppe sprechen Sie an mit Ihren Produkten? Wir möchten eigentlich außer Latendiebe alle Menschen ansprechen, die einen Sinn für es schöner haben. Ist das auch preislich möglich für alle, die das Schöne lieben? Absolut, denke ich. Das war auch ein wichtiges Kriterium. Natürlich haben wir einige Produkte, die leider nicht so preiswert sind. Aber man findet auch hier schöne Artikel für einen Euro, wie zum Beispiel unsere Postkarten oder Bierflaschenöffner. Geschenkpapier haben wir sehr schönes. Also es ist jetzt nicht so, dass hier nur alles teuer und nicht leistbar ist. Also hier findet jeder was. Also wer das nächste Geburtstagsgeschenk sucht, kann hier gerne mal auf die Suche gehen nach schönen Dingen. In meinem Kopf oder in meinem Gedankengang fände ich es nicht böse, wenn der Kunde bei uns anfängt zu suchen. Herr Popp, was mir aufgefallen ist, sind die Regale, die Verkaufstheken. Die sehen sehr speziell und sehr besonders aus. Ja, das haben wir uns auch sehr bemüht. Also es ist auch keine Einrichtung von der Stange oder nicht von einem Ladenbau, sondern wir waren auch hier wieder in ganz Europa eigentlich unterwegs. Wir haben einen Textilladen, einen alten Textilladen in Westerwald, einen Tante-Emma-Laden in Prag, eine alte Metzger in Saarburg, eine Bäckerei aus Trier. Also wir haben verschiedene Ladeneinrichtungen zusammengekauft. Wir haben sie eigentlich aufgebaut an unserem Lager und dann wie ein Puzzle zusammengestellt und eben versucht, aus vielen Einzelteilen eine komplette Einrichtung zu machen. Es war mir aber wichtig, dass nicht nur, also wie gesagt, ein Teil und eins so statisch, also unsere Schwerlastregale. Nicht alles aus einem Guss. Richtig. Unsere Schwerlastregale sind zum Beispiel vom Schrott. Das war mir sehr wichtig, dass eben nicht alles so Staff-Ecken und Kanten haben. Neben den Dingen, die man kaufen kann, kann man sich hier auch treffen und gemeinsam ein Pläuchchen halten bei? Dafür haben wir ja extra unsere Espresso-Maschine, die FEMA E61, uns angelegt. Und wir bieten ja unten auch Espresso und Cappuccino an und auch gerne ein Wasser oder ein Saft. Und gerne, das gehört zum Konzept des Hauses, sind Besucher erlaubt, für eine kleine Kaffeepause oder für ein kleines Gespräch vorbeizukommen und sich, wie gesagt, oder mit einem Brownie oder mit einem Cookie zu stärken und schöne Geschenke zu kaufen und dann weiterbummeln. Also das heißt, für das leibliche Wohl jetzt auch gesorgt? 100 Prozent. Und da kann ich auch einkaufen und was mit nach Hause nehmen? Außer der Ladenkasse können Sie eigentlich hier alles kaufen und erstehen. Und auch da legen wir großen Wert darauf, dass man eigentlich alles aus dem Laden auch kaufen kann. Vielen Dank, Herr Bock, für die interessante Einblicke. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Dies war Trier Neues und Interessantes. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Einblick in das interessante Konzept des neuen Kaufhauses geben. Wenn Sie diesen Beitrag noch einmal sehen möchten, können Sie dies in unserer Mediathek. Vielen Dank und tschüss bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.